oh man sieht ja echt viel ich glaube ich habe mich durch gewuselt boah die ist ganz schön groß die höhle ja also ohne taurausrüstung kommst du hier echt nicht weit jetzt weiß ich auch nicht ob jetzt hier ende ist oder weit noch ja ich weiß nicht ich sehe eigentlich gar nichts in so einer ganz großen kammer jetzt muss ich unbedingt raus so ein 17iger fast verreckt hat er kein oxy ich finde ich da oben ist auf jeden fall falsch ok ich muss auch mal zurück ich weiß der immer noch stirbt ja ich habe voll angst der nur noch hälfte nicht mal ich glaube hier ist gar nichts ich bin wieder draußen oh da musst du in eine andere Richtung gegangen ich glaube das ist einfach nur aber der hängt jetzt irgendwo was soll ich mit dem tiger hier oben lassen na hier waren keine gegner ne na dann gehen wir mal ohne tiger rein das ist auf neutral gestellt habt ihr oxygen geskillt mit euren warum brauchst du nicht du hast jetzt haueraussetzungen hey hoffentlich überlebens wieso da ist da nichts das letzte mal sind sie auch gespawnt oder nicht also hier ist öl das ist wohl nur ein farmshopper hier ist ein metall schon keinen plan welche ist das nur ein farmspot das ist doch doof dann müssen wir in die andere höhle weil da gibt es auf jeden fall ein artefakt und da gibt es den eingefrorenen t-rex und da gibt es den eingefrorenen t-rex in einer höhle das ist in einem anderen schneegebiet ich nehme jetzt noch ein bisschen öl mit was ich hier sehe dann können wir eigentlich wieder raus weil wenn du hier nur fahren kannst bringt das ja nichts ich suche mal wieder einen weg raus ich suche mal wieder einen weg raus ich suche mal wieder einen weg raus seit ihr auch komplett durchgetaucht hat die ganze hülle ja ich schätze mal also ich habe nichts anderes gesehen also ich habe nichts anderes gesehen ich bin jetzt bei einem ausgang so ruinen teile hä da sind urviele viecher was echt ich bin ganz allein ja toll wir wissen aber nicht wo es lang geht da musst du jetzt mal zurückkommen und uns da hinführen ja ich hab ne da müssen wir nämlich auch die viecher mitnehmen wo sind denn eure viecher eigentlich hinten habe ich gesehen irgendwas gemacht wahrscheinlich da seid ihr ja versuch mal zurück zu kommen wo ich da wieder zurück finde pff he he ähm hm hm ach hier ist das Loch doch nicht scheiße ich finde nichts daraus ja wir finden nichts zu dir hier rein bist du am Anfang links oder rechts gegangen? pff ich weiß nicht ob ich mit Tiger eingehen soll weil das ist voll gefährlich ach hier runter genau aber ich habe nämlich auch keine Farmspot gesehen ah hier seid ihr guten tag wo muss ich jetzt hin? leite mich da hier ich bin da ah ok und dann hier oben oder was? meinen habt ihr jetzt nicht mit na jetzt dann noch weiter nach links nach links was nicht hier ist nichts links nach da ne du musstest doch nochmal zurück und deinen holen jetzt nach oben oder was? mhm hier werden Stargate mitnehmen sein hier hier hörst du da? ja ich bin jetzt gleich oben ok so ich bin oben boah das sieht ja cool aus wir töten erstmal alles hier wir töten erstmal alles hier wie würde ich da alleine zurückfinden? ja gute frage nächste frage bitte müsste mich einfach decken ihr werdet geschossen ja äh ich hänge in euch fest ok dann schau ich mal doch mach mal was äh wie hielt man das los? was? das blöde net da ist zählt oben ein counter ok erstmal wieder Pelzrüstung hin also die die e die sind die die will nicht nicht mehr wie lebt sich denn die Ausdauer? gar nicht, oder? welche Ausdauer von wem und wann? meine Ausdauer, jetzt beim Schümeln gar nicht super oh, er geht rein oh, drei geht es wenn du Ösis mitnimmst boah ob Das war's für heute. Schaffst du das irgendwie her? Ja, ich bin schon am Weg. Das sieht echt krass aus. Ich komm gar nicht woher ich zum Weg gestiefelt. Oh, hier ist ein Drop. Eine überragende Sichel. Oh, hier ist ein Drop. Äh, wo seid ihr? Ja, bist du jetzt... Nach rechts abgebogen, oder? Ne, ich bin noch über dir. Ach so, da ist die hier rauf, oder was? Ja, da war grad so ein Drop. Oh, da dringend sind ja auch noch Wofield. Ja, tobe dich erstmal aus. Ach so, hier sind die alle toben. Bitte... Äh, da ist da! Da ist ein Airdrop, oder? Äh, das ist ein Ding-Sie-Pon-Sie. Da ist nochmal Wasser. Aber wie kommt man da hin? Du hast ne Glöckung dabei. Ach so, ja genau. Wo viel Metall gibt's da? Ja, scheiß auf den Teil, nimm einfach nur Öl. Metall haben wir oben genug. Ah, da ist das... Ich bin hier gekommen. Wo? Ah, tofack bin da. Echt? Na, warte, nicht, nicht aus. Ah, tofack des Fresses. Hä, ich... Bank hier übelst rum, ey. Ah, ich... Ach so, ja. Ach so, ja. Ach so... Was willst du jetzt nicht draufmachen? Ja, drauf nehmen? Nein. Hä? Ich schlag hier einfach in die Luft und kriege Kristall. Gell! 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 Oh, nur gut, dass wir die gelagert haben. Da geht es richtig ab. Ach, ich backe hier immer fest. Siehst du das? Da ist nur irgendwas Unsichtbares. Das ist Max-Level, glaube ich. Ja. Ja, wo ist das Unsichtbares? Ja, die Kristalle, die werden hier nicht angezeigt. Immer wenn man backt, dann ist man wohl an einem Kristall dran. Joby, nimmst gar kein Öl mit. Oh, ich hab ein bisschen was. So, ich hab's jetzt schon zweimal als Artefakt. Ja, wo ist denn das? Oh, ich glaub ich seh grad von euch die Felsen herumfliegen. Soll ich Schaden machen? Hä? Nein! Nein! Nein, du dummes Vieh! Scheiße, ich hab vergessen, dass ich sie von aggressiv zurückstelle. Ist hier runter gejumpt. Ach nein. Alles voller Kristall, kann das sein? Hm? Alles voller Kristall. Ja, aber ich seh kein Kristall. Auch nicht. Aber wenn ich irgendwo hängen bleibe, schlage ich einfach, dann krieg ich Kristall. Oh, hier! Hier seid ihr. Äh, hat irgendjahr mein böses Vieh gesehen? Oh, ernsthaft? Ach hier ist... Ne, ist einfach runter gesprungen, weil ich's vergessen habe. Entaggressivieren. Boah, das ist doch kacke mit diesen blöden Kristallen. Du wirst nur zurückgebugt. Kann ich in den Böfig sagen? Hier ist noch irgendwas, ey. Ich komm hier nicht durch. Ja, ich komm nicht noch hin. Ach hier. So, komm zu mir, dann musst du da im Kreis laufen. So. Ach, jetzt bin ich raus. Und da oben ist das Artefakt, oder was? Jo. Soll ich's auch? Ne, ich bin grad oben. Ja, nimm's einmal in dein Tier rein und einmal in dich. Ja, nimm's einmal in dich. Ja, nimm's. Ja, nimm's. Ja, nimm's. Ja, nimm's. Ja, nimm's. Ja, da ist schon alles abgeerntet an Öl und Gegnern. Ja. Das heißt, sieht echt cool aus. Mhm. Gute Texturen. Da seh ich doch noch nen Ölfelsen. Ich hab aber ne Wege eigentlich schon, ich pack sie nicht. Ich hätte jetzt aufgegeben, hätte gedacht, ne, ne, hier ist nix. Ja, aber sonst wär's noch nicht so gut bewacht, da oben, oder? Ja, das stimmt schon. Alte Rollenspiel, weiß ich nicht immer, wo viele Feinde sind, gibt's gute Sachen. So. 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 So.